Habe ich irgendwie, ähm, Zugriffe auf die Karte? End. Nein. Tab. Nein. Okay. Keine Lust, es weiter auszuprobieren. Ja, ich sammle gerade hier so Kram ein. Es tut mir leid. Es verkehrt momentan keine Schlüge. Na, abend. Wie geht's dir stets? Ja, äh, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir auch. Ähm, alles gut, so rein. Kann mich nicht beklagen. Boah, ja. Ging... Bist du noch im Urlaub? Wenn ja, genießt du deinen Urlaub noch? Wenn nein... Wie war der Urlaub? Decken wir alles ab. Sieh mal einer an. Es bewegt sich. Es bewegt sich. Natürlich bewege ich mich. Aber du musst mich nicht als S bezeichnen. Bitte, danke. Ja, ich hab' den Superbau entdeckt. Wie brauch' ich dafür? 15.000! Ich hab' verarschend. Hm, aber hier ist erstmal so ein K. So ein... So ein Suchspurendings-Gedöns. Ich weiß nicht, was unheimlicher ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Du hast diese blöde eine Station nicht gebaut und das wär' alles gut, ne? Was für ein Chaos! Ja, vielleicht brauchen wir doch viele von den Dingern. Ganz unauffällig, beidwohin, ne? Dass es hier ist. Aber es ist okay. Obwohl, wenn wir von diesen Supersteinen welche bekommen, ist alles gut. Dann möchte ich mich nicht beschweren. Oh, es ist in meiner Tasche, hm? Oh, es ist in meiner Tasche, hm? Das ist natürlich auch mal smart, ne? Bin wieder zurück, hab's, äh, genossen. Das freut mich zu hören. Äh, PC. Ähm, ich spiele ziemlich jedes Spiel auf dem PC. Also, ich hab so eine Capture-Card, aber... Zugegebenermaßen hab ich die noch nicht benutzt. Weil ich halt... Aber man muss halt auch dazu sagen, auf dem PC... Ähm... Ja, wie erzähl ich das jetzt, ähm... Auf dem PC hab ich halt auch super viele Spiele einfach schon, ähm... Unter anderem auch geschenkt bekommen. Wie zum Beispiel hier jetzt dieses hier. Ähm... Und dementsprechend spiele ich fast alle Spiele auf dem PC, die man hier auf meinem Kanal sieht. Also bis jetzt jedes. Ähm... Ich weiß auch gar nicht, warum ich das erkunden jetzt hier gerade so, äh, so reiz. Es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich jetzt hier erstmal einfach so ein bisschen sinnlos rumlaufe. Ähm... Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Ah, ist zwar ein bisschen klug, aber... Ich will einfach nur Sachen kaputt fahren eigentlich, weil das gibt die Steine, die ich brauche. Ich hoffe, denen geht's gut. Hab sie gar nicht gesehen. Achso, so mehr oder weniger hab ich die nicht gesehen, ne? Ich will halt die Steine haben. Ja, echt, man rammt ihn mal ein bisschen besser. Ja, ich ramm den LKW, ich will die Steine von ihm haben. Das ist, das ist alles Polizeiarbeit, was ich hier mache, ja? Das hat mit Kriminell nicht viel zu tun. Das hat mit Kriminell nicht viel zu tun. Das ist alles hier, lass mich mal hier, lass mich mal durch hier. Oh, Kriminell, pfff, ich doch nicht. Muss ich jetzt echt da ganz hoch? Komm ich denn da jetzt hoch? Finde ich komisch, ja, ich auch. Ähm, da. Es ist in deiner Tasche. Woher wusste ich das nur? Ach, das ist über mir, okay. 16.000, wir haben die 15.000, das ist super. Dann können wir jetzt den Wunschbrunnen fahren. Haha. Keine Ahnung, was der bringt, aber... Irgendwie sinnvoll wird das wohl sein, ne? Und das war nicht das, was ich gesucht habe. Ah ja, das Spiel ist schon toll. Ist ja das zweite, beziehungsweise dritte Lego-Game, welches ich spiele. Wofür ist das Schlüssel? Für die Garage? Ich gehe doch jetzt nicht einfach in seine Garage hier rein. Also. Vielleicht auch doch. Ja, das stimmt. Es muss ja auch nicht immer alles... Es muss ja auch nicht immer alles hoch... Es muss ja auch nicht immer alles so mega kompliziert sein, damit es gut ist. Wie gesagt, das war das erste Lego... Ich habe ja die Lego Harry Potter Reihe, habe ich ja schon gespielt gehabt. Das war ja mein allererstes Spielprojekt. Damit hat ja alles angefangen. Das war ja auch, ja, eher simpel gehalten, ne? Hab's vergessen. Hab's vergessen, ja, ich auch. Äh, anhalten. Danke. Boah, hättest du ein schnelleres Auto haben können? Moment, und da war... Wie komme ich da hin? Links. Hier durch. Rechts. Ja, ich fahre Schlanglinien. Oh, lass mich doch durch, Mann. Ich will dein Auto nicht mehr kaputt machen. Ausnahmsweise. Echt, echt? Ich habe hier gerade noch ein Fragezeichen gesehen. Das Fragezeichen möchte ich untersuchen. Wie spielst du auch gerade ab und zu? Das ist nice. Mega cool. Ähm, wo hat das jetzt angefangen? Wo ist die Spur? Da ist die Spur. Ja, die waren mega cool. Das hat so viel Spaß gemacht, ne? Ich habe auch gleich... ...die Jahre 1 bis 7 gespielt, praktisch. Also, ich habe sozusagen die beiden Spiele direkt... ...gemeinsam gespielt. Das hat so viel Spaß gemacht, ne? Ich will mal zeigen, finde ich hier jetzt nicht auch noch irgendwas cooles? Ich kann jetzt als Detektiv rumlaufen. Okay. Jetzt muss ich den Bahnhof aber erstmal wiederfinden. Polizeiangelegenheit. Oh, guck mal. So ist der auch relativ flott, der Wagen. Bist du... Nein, das Auto ist nicht fähig, sich wieder aufzurichten, wenn man damit umkippt. Okay. Ah ja, finde ich auch. Dankeschön. Ähm. Oh. Ja, dann sammeln wir halt hier die Länge auch noch ein. Ich meine, der war irgendwo hier. Ich verdiene eine Gehaltserhöhung, muss der Chef sagen, nicht mir. Das war's für mich. Genau da war die Brücke. Dann war der Bahnhof hier rechts, glaube ich, gell? Müsste der gewesen sein. Ich finde das immer noch irgendwie komisch. Ich habe jetzt gerade mal drei Kapitel gemacht und habe schon über 300.000 Steine. So, what the fuck. Gut, es kam gerade kein Zug. Was soll das denn? Das ist sicherlich nicht rechtens. Ich bin Polizist. So. Sie brauchen mir keine Karte verkaufen. Ich kann auch so fahren. Ja, ich möchte den komischen Brunnen bauen. Dafür habe ich dieses kleine Gesandels. Schlitzschuhläuferin. Okay. Guck mal, wir haben der Stadt einen schönen Brunnen gespendet. Das ist doch... Komma, schön. Warum spendet die Stadt mir nix? Immer das Gleiche. Ja, hast du verpasst. Das weiß ich auch nicht, was sie meint. Ich habe ja nichts zu hören. Oh, warte mal. Hier kann man doch auch wieder so eine Fahrzeugstation bauen, oder nicht? Ja, die habe ich ja noch über. Ich würde behaupten, die einer Polizeistation ist vielleicht auch noch ganz sinnvoll, ne? Sehr cool. Ja, ey, da. So, jetzt wollen wir uns hier mal eben drauf mogeln. Ich kann nicht auch von der Mülltonne nochmal abspringen. Was ist das denn für ein Mist? Er ist wieder spät dran, das stimmt gar nicht. Ich bin nur nicht... Man hat mir keine Uhrzeit gesagt, wann ich wo sein soll. Da kann ich nicht hochklettern. Boah, was ich alles noch nicht machen kann, ne? Ich gebe zu, ich finde das ein bisschen... nervig, dass mir das Spiel die ganze Zeit sagt, so... Ja, du kannst ganz viele Sachen einfach nicht machen. Warum denn nicht? Ah, ich kann die kaputt machen. Da hätte ich die andere durchschnittlich auch kaputt machen können, oder? Was? Warum bin ich denn jetzt da? Da will ich doch gar nicht hin. Wie lange ist es her? Wir haben uns doch heute Morgen gesehen. Ah, das ist sechs Stunden her. Was machen Sie denn hier? Ich wollte mal was anderes machen. Ich bin jetzt Käpt'n der Fähre und bringe kleine und große Halunken rüber zum Albatross-Gefängnis. Super, die Fähre. Aber wo ist sie? Hab sie versenkt. Du kannst mir nicht zufällig eine neue bauen, oder? Hey Ellie, haben wir hinter der Polizeistation welche von diesen Supersteinen? Ich muss die Fähre wieder zusammenbauen. Toll. War Frank wieder am Steuer? Dieses Mal nicht. Ah, dann lass mich schnell deine Scan-Software aktualisieren. Okay, ab jetzt kannst du deinen Kommunikator als Datenscanner einsetzen. Er wird dir jeden Superstein in der Nähe anzeigen. Berühre die Datenscanner-Schaltfläche auf dem Kommunikator und folge den Anweisungen, nachdem ich auflege. Und jetzt nochmal auf für mich. Ja, wie gehe ich denn jetzt da hin? E oder 2, okay. Ah, und dann kann ich da durchgucken und dann... Kann ich so Sachen lokalisieren, okay. Ja. Das ist praktisch. Das ist praktisch. So, ich muss gleich erst einmal eine kurze Pause machen. Denn ich muss mich noch irgendwie um was zu essen kümmern heute Abend, sonst wird das nämlich irgendwie ein bisschen schwierig. Ich möchte langsam nicht drum kümmern, was ich heute Abend esse. Ich bin Hunger, möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Oh! Ähm, ja, okay, du schläfst. Darf ich rein? Ich habe... Ich drücke 2. Ah, und dann kann ich das so auf der Karte hinzufügen als Symbol. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt praktisch ist oder mich dann irgendwie nervt, weil... Oh, da ist immer nur einer markiert. Wann brauche ich für diese Ferie denn schöner 15.000? Was ist denn das? Ich würde mich sehr stark wundern, wenn ich... Und wenn nicht, dann habe ich halt Bonusgeld. Ich würde mich sehr stark wundern, wenn ich das so auf der Karte hinzufügen habe. Und wenn ich das so auf der Karte hinzufügen, dann kann ich das so auf der Karte hinzufügen. Und wenn ich das so auf der Karte hinzufügen, dann kann ich das so auf der Karte hinzufügen. Kann ich irgendwie hier loslassen? Oh, schön. Okay, also da spaw nicht, wenn ich das Spiel starte. Das ist schon mal gut zu wissen. Ähm, dann stimmt, dann lohnt sich das ja sogar richtig, dass ich diese Station gebaut habe. Ähm, das ist schon mal gut. Ähm... Ja, ach, alles gut. Das wird schon passen. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. So, und jetzt gehe ich aber nicht zu dem Typen, sondern gehe woanders hin. Und bau da das super Ding. Das wäre so lustig. Noch so ein Brunnen oder so. Sollte mich wirklich mal als Pirat versuchen. Die Stimme habe ich. Wenn da nur nicht die Papa geintet. Vor allem die Stimme habe ich, ja. Und das für andere arbeiten lassen und sie ausbeuten, hast du auch. Okay, man schaltet eine ganze Menge frei damit. Das finde ich gut. Wenn das Geld gleich verpufft, kriege ich diese. Darf ich jetzt das Geld erst einsammeln, bitte, was hier auf dem Steg liegt? Dankeschön. Weil das ist schon sehr sicher. Okay. Vielen Dank.